Diese kleine Brücke merken wir uns, wenn wir in Lonau im Kirchtal unterwegs sind, weil hier gibt es dann einen Zickzackweg. Hinten sieht man eine Schafherde, die ich bei anderen Videos auch schon abgefilmt habe, hoch auf den Langfast. Eine sehr steile Strecke beim Joggen eine Herausforderung. Aber wer diesen Zickzackweg des Todes geschafft hat, der kommt oben auf die Straße vom Langfast und kann von dort aus richtig schön bequem nach Herzberg auslaufen. Und immer wieder mal auch einen schönen Blick auf das Tal genießen. Ein bisschen unscheinbar findet man in Lonau im Kirchtal gegenüber der Hausnummer 19 diese kleine Brücke, die über die Lonau auf den Langfast führt. Von hier aus erreicht man den Elseblick, ungefähr zwei Kilometer, den großen Knollen acht Kilometer, kommt auf die Langfaststraße nach Herzberg. Ich gucke nochmal. Und man kann von hier aus natürlich auch weiter das Siebertal erreichen zum Paradies, von wo aus es nicht mehr weit bis nach Sieber selbst ist. Also hier ist quasi eine kleine Verbindungsstrecke, die man halt einfach auch nicht übersehen darf, wenn man unterwegs sein möchte. Und hinten sieht man eine Schafherde im Hintergrund, die gibt's gratis dazu. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbei schauen.